So, und weiter geht's. Ach, ich bin Sprengmeister, ne? Oh, das wird jetzt krass. Ich hab keine Karre, Alter. Jemand muss mich mitnehmen oder seine Karre stehen lassen. Oh, das ist ja. Oh, da war ein Porsche. Lass mich den nehmen. Hey, I really like your car. Schon besser. Nein Boah, der hat Krummfelgen drauf Da wird sowieso verkacken, der Pilot, da konnte ich für wetten Ach, ich hab den Raubüberfall schon mal gespielt, Mann, nein Dann krieg ich echt nur 60.000 Und der hat auch leicht gemacht, ey, was ein Bastard, ey Jetzt geht's los Gibt er jetzt mehr Gas? So, jetzt haben wir, wenn er einfach weiterfahren würde Auch richtig bindert, ne, warum soll ich, muss ich den am Flughafen zerstören? Warum kann ich den nicht einfach hier irgendwo, äh, da vorne auf den Hügel wegspringen? Okay, auch richtig unlogisch Wo ist denn das Flugfeld nochmal? Ach, wie der sich lenken lässt, Alter Wie so eine ausgeleierte Möhre, Alter Ja, was ist jetzt los? Flechtling hat versagt Häftling 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 Ja Komm, gib jetzt Gas hier, Alter Häftling Ele Häftling H anger